Ja, ich glaube, wenn wir versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, ist für mich das wesentliche Learning oder so der Takeaway, den man gleich ganz vorne hinschreiben kann, ist, dass man mit offenen Augen in seine erste Führungsposition hineingeht, weil das deckt halt tatsächlich das Allermeiste von dem, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, nämlich, ich muss mit offenen Augen an meine eigene Arbeit rangehen, aber auch an andere Menschen. Wie arbeiten die? Wie kommunizieren die? Und das dann wieder auf mich mit offenen Augen betrachten und zu überlegen, ja, okay, wie habe ich kommuniziert? Wie habe ich gearbeitet? Und wenn ich mit diesem Mindset reingehe, dass ich da sehr offen bin und lernen möchte, dann kann ich für mich auch selber einen sehr guten Prozess starten, wo ich dann letztendlich bei einer sehr guten Reflexionsfähigkeit ankommen kann, würde ich sagen. Vielen Dank.